willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of glänzen mit mir dem torsen heute auf dem zwei socken account ich glaube ich war mit dem account jetzt auch echt lange genug rathaus 7 habe etliche ck sterne sammeln können naja so viel ist jetzt nicht aber 129 ist ja gar nicht mal so schlecht habe aber wirklich wenig mit dem account gemacht das soll sich jetzt mal wieder ändern denn ich habe gedacht wir gehen hier mitten im klankrieg auf ein neues rathaus das heißt wir haben noch ein bisschen zeit wenn man ein bisschen zeit 2 stunden 19 und noch bin ich in rathaus 7 aber zum klankrieg möchte ich ganz gern rathaus 8 werden denke ich mal um den gegner ein bisschen zu überraschen ich weiß nicht ob da eine überraschung für den gegner ist aber ist sicherlich nur nur von der größe dann her überraschend denn wir müssen die base natürlich dann auch dementsprechend zu einer achterbase ausbauen und bevor wir das aber machen jetzt muss ich mal eben gucken die ane ane die geschenke baue ich mal nicht ab ich habe das ding hier ja pickepacke voll okay ich denke da müssen wir dann doch erst anfangen hier ab zu werden ich würde sagen wir haben auch gleich in sack rein mit zwei mille hier ist das ding hier jetzt gestartet und jetzt kann ich es beenden mit dem baubuch ich habe eigentlich auch ein unibuch mich wunderts eigentlich immer dass hier nie erst das unibuch gemacht wird sondern erst mal das baubuch also wir haben ein level aufstieg und haben auch gleich den ersten erfolg und können jetzt können jetzt ein bisschen mehr lagern das ist das ist mal nicht so schlecht und dann kann ich auch mal meine riesiges hier alle mal so ein bisschen rausholen die ich hier noch habe ich habe glaube ich auch noch ein ziemlich volles lager hier das da geht auch noch ein bisschen was rein und da geht jetzt auch vor allen dingen ein bisschen mehr rein also wir haben erst mal rathaus 8 hier da schon mal nicht schlecht und dann würde ich sagen gehen wir erst mal ein bisschen shoppen mit ein wenig shoppen meine ich erstmal wir holen uns erst mal die fünften bauarbeiter raus denn ich habe genug gesammelt dafür also die 2000 geben auch aus fünf stück haben wir jetzt maximal sechs sind ja möglich und das coole an rathaus 8 muss ich sagen ist ich muss erst mal wenig mit elex machen ich gucke mal was wir jetzt denn eigentlich tatsächlich brauchen acht stunden acht stunden okay das können wir raus hauen mal sehen ressourcen da kriegen wir nur ein kleines lager und den dunklen bohrer dazu ok ok kleines lager dunkler bohrer dann holen wir uns die wenigstens die sachen raus ich will mal sehen wie weit man tatsächlich jetzt kommt um jetzt noch eine achter base zu bauen denn ich meine ich kann jetzt eine von hand bauen aber ich wollte mir eigentlich eine kopieren und da weiß ich gar nicht ob das überhaupt so möglich ist wenn da noch etliches fehlt ressourcen ach dass der dunkle bohrer okay der dort der dauert ein bisschen lange aber ich will mir die anderen sachen hier in jedem fall kurz mal raus ballern aus dem shop und drei stunden drei stunden drei drei stunden ein tag okay das kann schon lange und hier auch natürlich nichts für die können wir jetzt erst mal irgendwo platzieren hier mal sehen dass wir die übersicht nicht verlieren zwei stück kriegen wir davon okay ich habe auch schon lange kein 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 achter mehr mehr gemacht das heißt also bin jetzt schon ewig nicht mehr von von rathaus 7 auf rathaus 8 gegangen kriegen auch zwei stück von okay ist also schon ein weilchen her hiervon habe ich eine gebaut da kriege ich jetzt noch eine glaube ich kann das sein joe eine dann haben wir schon mal wenigstens die fallen alle da dann haben wir hier noch eine dicke bombe okay und ich glaube eine skelettfalle kriegen wir noch dazu oder alle wir kriegen zwei stück dazu zwei skelettfallen okay ja das ist nice das ist nice 22 skelettfallen und jetzt kriegen wir natürlich ihren ganzen arsch voll mauern glaube ich dabei verteidigung hier ist nichts mit elex nichts mit elex zu machen dann nehmen wir uns erst mal die mauern hier die setzen wir wo will er die denn ansetzen okay die will er da ansetzen dann machen wir mal ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn ich erzähle euch gleich warum ich das so mache und dann nehmen wir die noch mal einmal in in reihe hier 50 mauern gibt es dabei das ist echt ganz schön viel muss ich mal so sagen und müssen hier noch mal aber wir müssen hier noch und noch mal so eine so eine schleife bauen ich habe die 10 jetzt gerade gemacht hier weil die will ich gleich updaten hat einfach den hintergrund es gibt hier glaube ich ein spielchen machen paar mauern oder mache ein paar mauern 9 waren das nur tolle wurst das waren nur 9 tut man nur 9 dann müssen wir hier die eine noch machen und dann haben wir hier zehn ja denn im pass kann es natürlich jetzt auch ein bisschen weiter gehen denn ich habe so ein bisschen belohnung schon bekommen also es gibt gold elex trainings trank und so weiter das coole ist ich kann jetzt endlich auch endlich habe ich ihn hier den händler hier im dorf der hat man erst am rathaus 8 und also können wir hier schon mal also ganz kleines bisschen weitermachen dunkles haben wir auch im sack ich gucke jetzt mal was war eigentlich noch noch raushauen müssen hier damit wieder die bs auch bauen können ich habe gar nicht genug bauarbeiter glaube ich habe ich habe nicht genug bauarbeiter dass wir das machen können aber ich wollte eine forschung los treten glaube ich glaube ich wollte eine forschung los treten das labor beenden wir jetzt für jams zack 62 jams hier hat halt den hintergrund ich will ja ein richtiger achter werden die drachen hier er ist die homos hoch und überraschung überraschung drache level 3 geiler scheiß echt cool ich freue mich muss ich sagen dass ich das rathaus jetzt hier so weit habe hier können wir jetzt noch einiges reichlich rausholen schatzmeister können auch gleich wieder ein paar jams zurück also das ist jetzt nicht so schlimm dass ich mal ein paar jams rausgehauen habe hier hier gibt es noch was für mich 100 stück jawohl auch noch mal er guckt habe habe ich sie doch schon fast wieder drin wenn ich jetzt noch ein bisschen die erfolge hier weitermache dann kommen hier noch mal 150 rein und dann hat sich das wieder aufgehoben aber zur zeit bräuchte jams auch wirklich gar nicht oder relativ wenig deswegen haben wir glaube ich hier die anderen sachen noch ein bisschen hoch die kann man abbauen hier also schauen wir mal was wir hier an neuen sachen noch kriegen die wir jetzt auch ein bisschen laufen lassen können oder machen natürlich auch ein bisschen clash of clans verteidigung drei stunden drei stunden ein tag alter das sind jetzt 123 bauarbeiter okay war ein bauarbeiter zweiter bauarbeiter für die verteidigung ich nicht alles raus doch wenn ich alles rauskriegen will muss ich mal muss ich mal schauen muss man vielleicht vielleicht gehen wir noch ein paar jams aus wo wir mal sehen oder halt dass wir noch ein gebäudehammer haben aber ich habe keinen mehr ich habe nur noch eine uni den hier raus gehauen den einen neuen tesla und dann haben wir hier noch eine verteidigung ein magerturm ein magerturm wunderbar damit haben wir jetzt vier bauarbeiter am start und was kostet denn wenig was kostet denn wenig das ist eine gute frage oder was dauert hier am längsten wir gucken mal was dauert hier am längsten der bomben hier dort am längsten mit einem tag ich denke mal da holen wir uns den den hier noch rein und jetzt haben wir noch ein bisschen gold und ein bisschen elex was heißt ein bisschen ist gut hier kriegen wir nur das dunkle raus okay hier kriegen wir nur das dunkle raus dann würde ich sagen zweimal elex sachen bauen wir wir bauen hier die kaserne die zweite dann haben wir alles und wir bauen natürlich auch das teil hier das ding bauen wir auch jawohl da ist es haben wir es jetzt schon raus warte mal ach so nach toto da ist das teil okay so wir haben alles raus würde ich sagen außer die ressourcen außer den dunklen bohrer okay ärgerlich der dunkle bohrer kostet aber auch ganz schön viel kosten im mille und was können wir denn hier eigentlich abschließen zwei stunden schub jetzt beenden normal guck mal hier ist noch ein bisschen was drin dann gehen wir mal auf farm farm wanderschaft würde ich sagen und mal sehen ob wir hier ein bisschen rein kriegen ich bin hier noch voll im event dass wir das in jedem fall schaffen eine mille für den bohrer mal sehen ob das noch hinhaut ich hätte ich habe ich habe es mir auch echt wieder spät überlegt dass ich das hier machen kann oder wie ich das eigentlich machen kann und auch der hat viele eleksions der hat viele eleksions den immer mit und ja hätte ich hätte 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 ich auch eher darauf kommen können dass man das natürlich so machen kann und mal sehen wo der gerade hinschießt der schießt nach da und dann können wir hier reingehen ich habe hier aber ich habe dran drin okay ich habe den drachen drin und jetzt muss das aber da ein bisschen weiter gehen sonst sieht das schlecht aus na komm 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 ja da okay dann geht es nach da weiter alles klar den zünden wir mal 1 2 3 4 und heilen die jetzt mal durch hier denn die minenwerfer schießen da die ganze zeit drauf es wäre ganz schick wenn wir da noch bis zum bis zu den beiden eleks eleks lagern kommen könnten deswegen wuten wir die hier noch mal durch außen gehen noch so ein paar von denen also ich durch das dunkle muss ich jetzt nicht haben king aber wenn du es mir holst ist es auch nicht ist auch nicht schlimm ist auch nicht schlimm oder baumtürm setzt da meinen truppen zu dann müssen wir hier raus kommen und das sieht ganz gut aus das sieht ganz gut aus da haben wir jetzt schon die eine million haben wir in jedem fall drin das ist cool das ist sehr cool und außen geht noch so ein ganz kleines bisschen was also endlich kann ich vor allem den händler nutzen vor allem den händler und das ist echt nett und wir überraschen unseren gegner hoffe ich ich muss jetzt nur noch eine base nachbauen das will ich jetzt gleich machen in der zeit wo der king hier direkt den drachen lasse ich mal drin das will ich mal machen in der zeit wo der king regen ist denn wir machen hier eine schnellausbildung zauber haben war dann hat nehmen wir auch mal einen magischen hier denn endlich kann ich die auch mal jetzt hier hier jeder nachkaufen jawohl kann ich gleich mal geiler scheiß immer kaufen hier der tut es enorm kaufen 78 habe ich allerdings jetzt schon wieder ausgegeben das heißt wir müssen eine kleine kleine sekunde noch warten denn das ding hier ist relativ leer um gleich noch den bohrer auszuholen dann können wir sicherlich auch die base kurz umstellen ich check mal ob das nicht jetzt schon geht okay fast hätte ich alles verpennt hier fast hätte ich alles verpennt denn ich musste auch mit meinen anderen rathauser noch angreifen 250 ist ein bisschen wenig und da müssen wir ein bisschen mehr ein wenig mehr rausholen 210 aber ein schwaches dorf 420 und so ein schönes schwaches dorf mal gucken vielleicht nehme ich gleich auch mal andere truppen mit denn klar kosten meine truppen natürlich nur elex art der ist der ist cool der ist cool den können wir machen den können wir machen da können wir natürlich nur alles hier hinten starten lassen ein bisschen doof aber ich denke mal das ist nicht ganz so schlecht das was ein bisschen schlecht ist dass das die mager hier die überholen alles die mager überholen einfach mal alles und kommen die mauerrecher mal in wut hier reingeschickt vielleicht machen die noch eine mauer mehr mit auf ja aber das schaffen die auch gut das haben sie schon mal ganz gut gemacht damit sind die hier in der mitte aber es ist keine defensive mehr in der mitte das ist nicht so gut denn nur wenn wir ein wenig defensive in der mitte haben gehen natürlich meine riesen auch in die mitte aber wir haben hier den dicken in der mitte wir haben hier die magier auch da gehen jetzt ein zwei magier ja das sieht gut aus das sieht gut aus der ist auch irgendwie gerade angefangen seht ihr das ja das ganze zeug auch außen stehen und ich glaube den zünden wir mal dann haben wir noch ein paar mehr truppen hier in der base das sind so ein paar doofe fallen oder zwei luftfallen da unten scheiße da hat er die auch einfach so dahin gestellt okay ich bin ja noch nicht selber noch nicht angegriffen worden und da hat er die einfach noch so hingestellt aber mal sehen mal sehen wie weit die jetzt noch gehen wir haben halt immer ein bisschen ein ganz kleines bisschen rack time also regeneration ja ich weiß dass ich kann keine andere einheit mehr wählen denn mein drachen wollte ich hier behalten aber den haben wir auch bis auf 100 haben wir den auf null geschossen kommt wir nehmen wir mal nicht ganz ganz die 100 würde ich mal so sagen weg sondern das sieht gut aus 220 noch mal erhalten das sieht ganz gut aus mal gucken ich will die armee noch mal nachbauen aber die ist mir teuer kann das sein 167.000 alter ist das teuer okay aber wir können trotzdem den bohrer rausholen das ist jetzt erstmal das das war erstmal das was wir machen mussten und ich kann hier schon mal die ganze mauer reihe mal eben machen ich habe kein bauarbeiter frei okay ich habe kein bauarbeiter frei aber damit wir auch einen dunklen zauber machen kommt 90 haben wir hier noch mal in den sack ach schade ich wollte eigentlich 92 ausgeben dann können wir hier nämlich auch einen zauber braun jetzt giftzauber giftzauber und dann haben wir hier die mauer ich muss mich jetzt echt mal sputen dass ich das ganze ding hier relativ zügig hinkriege 29 da geht noch ein bisschen was einmal ja das sieht ganz gut aus okay also ich würde sagen kurzer kürzer 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 kattie ich baue jetzt mal gerade eine rathaus 8 base bzw ich ich verlinke mir mal eine die kopiere ich hier dann rein denn ich habe jetzt alles rausgeholt hier ist nichts mehr was ich machen kann ach doch der bau alles halte bohrer immer den bohrer nicht vergessen aber den bohrer und dann kurzer cut bis zur rathaus 8 base ok freunde ich habe jetzt 22 bases geladen ich kann euch auch sagen was mir dann kurz mal bei geholfen hat und zwar clash wie heißt das base pedia pro das ist so eine so eine base sammlung da habe ich mir jetzt mal ganz ganz schnell zwei rausgeholt die da kann man sich einfach die links dann hier reinholen und ich habe zwei stück jetzt gebaut also rathaus 8 ich habe einmal ein heimatdorf das sind troffi base glaube ich so hat der autor das zumindest beschrieben und die kann ich auch aktivieren jawohl das ist eine troffi das das nehmen wir erst mal so hin und lassen das erst mal so also ich kann ich habe alles gebaut und ich habe allerdings auch okay damit hat er das jetzt gleich an hier dass ich mir eine richtige base aussuchen soll eine kriegs base gebaut das ist diese hier so das ist einmal die jeder wollte ich noch mal kurz das layout bearbeiten an das layout können ruhig so lassen das speichern war mal ab das können wir ruhig so lassen und damit habe ich jetzt meine space auch geändert allerdings schade ändert das nichts an an der klanburg größe glaube ich auch wenn ich die jetzt ausbauen würde wäre sie immer noch 20 die muss halt fertig sein ist aber nicht so schlimm hier haben auf jeden fall alle defensiven gebäude drin und es ist mir also doch noch gelungen wir sind jetzt zum start rathaus 8 mal gucken kleine überraschung für den gegner denn ich selber glaube ich habe hier gegenüber mit meinen dreierdrachen ähm was was war ich hier auf 20 war ich gesetzt 20 20 20 das ist hier das geht das geht erst mal ja das sieht gut aus ist auch ein auch guck mal der ist auch 8 der ist auch 8 geworden der hat wahrscheinlich genauso gedacht wie ich alter das ist ja cool der ist auch 8 denn hier auf dem feld glaube ich ist ja auch noch ein 7er der 20er ja auch nicht schlecht alles klar also habe ich doch ein 8er gegen gegen mich aber naja mal mal sehen wie der so ist und ich muss natürlich jetzt noch ein bisschen noch so ein kleines bisschen mehr rein farm die klanburg hätte ich gerne noch gebaut mal sehen ob wir das nicht noch gleich wenigstens anstoßen dass ich die zum nächsten ck dann habe oder fett ressourcen alter falter da komme ich aber da komme ich aber nicht an alles dran aus neuner mit dem wollen wir uns mal noch nicht an anlegen und messen dafür denke ich mal etwas etwas dickeren dicken also dickeren king den werden wir natürlich auch leveln ich habe ja eigentlich genug dunkles der wird auch dann als nächstes dran sein den brauche ich nicht so unbedingt im klaren krieg ich denke mal da kann man sich damit mit drachen auch umschlagen aber die suche dauert mich viel zu lange geht ja wohl ich glaube der geht ganz gut ich glaube der geht ganz gut wir kommen mal nicht den king entgegen sondern wir nehmen hier außen erstmal die bauhütten mit nicht vergessen die bauhütten ich glaube das ist auch immer täglich grüters mummeltier habe ich glaube ich gestern schon gesagt in der folge nicht die bauhütten vergessen toto nein nein nicht alles cool so einmal test mauerbrecher da und dann die ganzen ganzen vielen mauerbrecher kriegen wir die da in wut ein bisschen weiter durch alter scheiße hallo magier war ja auch komm jetzt werde ich damit bestraft jetzt werde ich echt damit bestraft ach shit sehr ärgerlich sehr ärgerlich kaum ohne kom 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 jawohl der bleibt wenigstens da der bleibt noch einmal hier den haben wir mal durch okay da muss man jetzt kurz mal improvisieren das ärgert mich aber das ärgert mich aber auch jetzt ist er noch nicht mal weg alter das waren fünfer drache einmal 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 in der folge musste musste so fehl hinlegen toto man hätte auch vorher locken können ist eigentlich nur schade ums bauen ich meine es geht mir nicht um die pokale ich habe auch genug genug dunkles nicht genug dunkles sondern ich habe auch genug gold und ich glaube wir stoßen die klanburg glaube ich noch an zwei stunden der minwerfer 222 was können wir denn als wichtigsten gebrauchen der ist am billigsten hier 37 mach mich fertig und dann können wir die hier bauen die kostet nämlich 1,8 millionen so jetzt ist aber auch genug gebaut ich hoffe die folge hat euch gefallen also rathaus 8 geworden mitten im klankrieg oder in der vorbereitung ich weiß ich mache habt ihr das auch schon gemacht oder habt ihr sowas vor also ich fand es jetzt es war eine zeit dass der zwei socken hier weiter geht und b fand ich ganz gut dass wir das noch gepackt haben wir haben jetzt zwar ein paar jams ausgegeben ja ist aber glaube ich an der stelle mal nicht so schlimm ich kann jetzt auch im moment so gut wie nichts forschen muss jetzt halt erst mal ein bisschen rein fahren ich habe aber denke ich mal jetzt ein bisschen urlaub und da kann ich das bisschen machen also wir sehen und hören uns bis dahin leute euer tuto